Hi und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Ich möchte dich aus ganzem Herzen zu meiner ganz neuen, brandaktuellen Fitness- und Wohlfühl-Challenge einladen. Wir starten am 27.06. und die Challenge geht über sieben Tage. Also du kannst die ganze Woche mit mir verbringen und wir werden in dieser Challenge gemeinsam trainieren. Ich werde dir ja die wichtigsten, besten Fitness- und Ernährungstipps geben und wir werden auch ganz viel Mindset machen. Denn wenn du abnehmen möchtest, wenn du fit werden willst, wenn du spürbare und auch sichtbare Ergebnisse haben willst, dann passiert ganz viel nicht nur in deinem Körper, sondern vor allem in deinem Kopf. Also wenn du darauf Lust hast, die Challenge ist komplett kostenlos. Es gibt absolut keinen Haken. Ich kann dir versprechen, ich gebe dir meine besten Tipps, wirklich lang bewährte, umsetzbare Dinge, die du sofort in deinen Alltag einbauen kannst. Und ja, wir werden gemeinsam einen Haufen Freude und Spaß daran haben. Fitness, Ernährung und Mindset. Start ist der 27.06. Es gibt immer eine Aufzeichnung natürlich. Das heißt, du kannst dir die Session dann anschauen, wenn es für dich passt. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Motivation und den Willen, deine Fitness und dein Wohlbefinden aufs nächste Level zu heben. Wenn du magst, melde dich gerne an. Du findest den Link hier über oder unter dem Video, je nachdem, wo du es schaust. Und wie gesagt, das Ganze ist kostenlos. Also wenn du noch andere Frauen kennst, die auch gerne etwas an ihrem Körper und an ihrem Wohlbefinden, an ihrem Körpergefühl verändern wollen, dann lad sie gerne ein. Kostenlos und ganz sicher nicht umsonst. Denn du kriegst hier wirklich die besten Tipps und Tricks. In diesem Sinne, ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen und jetzt schnell eintragen. Bis ganz bald. Ciao.